Marmonie und der Wäsche, eine Jungfrau. Und damit ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge, zu einer brandneuen Folge Mafia. Wir haben hier erstmal die Gewerkschaftsleute den Ring etwas gesprengt und haben hier ein bisschen für Unruhe gesorgt. Damit die Leute wieder Arbeit kriegen und das nicht alles hier in Mafia-Hände ist. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Andy Touretto. Und ich bin gespannt, was der Gute uns zu sagen hat. Ich kann heute da mal eben hinjoggen bei dem schönen Wetter. Ja, ganz lieben Dank auch nochmal dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Lieben Dank auch nochmal für die vielen Comments und Likes im Voraus. Und ich hoffe, ich komme hier jetzt rüber. Gucken. Nein, da kommt er nicht rüber. Hm. Bisschen wir hier rum. Scheint so. Nein, das ist aber ein Weg, ja. Wir müssen den Rücken frei halten. So, mal sehen, wo hier der Eingang ist. Hier sollte es sein. Aha. Hier kommen wir nicht rein. Oder? Nee. Kommen wir hier rein? Auch nicht. Hier sollte es aber eigentlich irgendwo sein. Kann man da hoch? Nee. Irgendwo muss das hier reingehen. Hm. Vielleicht aber so viele Möglichkeiten bleiben hier ja eigentlich nicht mehr. Hey, Bruder. Hey, Bruder. Schön, dich zu sehen. Hey, Bruder. Dann muss das hier noch ein Stückchen weiter sein. Da. Oh, oh. Ah, nicht beide. Kommt nur einer. Ja, genau. Nicht beide, nur einer. Komm her, Boy. Du schaffst das. Komm her. Komm zu Papa. Hab einen entdeckt. Oh, alter Schwede. Shit, shit, shit. Zeuge ruf Polizei. Das ist richtig scheiße. Das sind die Schlimmsten. Oh. Oh. Shit, 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 shit. Oh, runter, runter, runter. Da oben, da oben. Oh, shit. Boah, krasse Aktion hier. Ja, das ist nicht so einfach hier, die Geschichte. Aber wir versuchen es auf ein neues. Ich hab auch kein Adrenalin mehr. Vielleicht sollte ich mir erstmal Adrenalin besorgen. Der Schwierigkeitsgrad ist doch deutlich angezogen jetzt. Ja, 425 Dollar verloren. Verdammt. Verdammt. Arbeitspapiere verbrannt. Was soll der Scheiß? Scheiße. Mein Gott. Ciao. So läuft das. Diese kleinen Papierzettel sagen uns, wer was verdient und die ganze Scheiße. Nebenbei lässt es uns schwach aussehen. Dem gegenüber. Den Arbeitern gegenüber. Keine vernünftige, ich hab kein Adrenalin. Da ist Adrenalin. Wir müssen einzig und allein das schwarze Arschloch abknallen, wenn er sich entschließt, zurückzukommen. Genau, die haben sich jetzt getrennt. Jetzt hab ich ne Chance. Der kommt nicht. Der guckt gerade her. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Der Mistkerr darf nicht hier sein. Schnappt ihn euch. Grill die. Grill die. Golotow brennt. Köpfe runter. Oh, Mann. Komm, wo er dicht ist. Hier. Jetzt holen wir mal. Da komm ich nicht rein, ne? Komm. Das ist meine Arbeit. Ich finde den Pettel. Ja, komm herher. Ich kann kein Schirm, der nicht da ist. Ich glaub, ich schütze. So. was noch mal hier los geht der schwarze hohen sohn gehört mir da oben ist der schütze ich würde sagen hinter die palette jetzt keine sorge ich sage wir versuchen sie in dem bereich ich rufe so rein damit ja rein 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 oh ja 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 jetzt geht es aber ab ja du bist tot und merkst es nicht oi da sind aber viele komm her sauber den haben wir da ist der arzneischrank da muss ich hin nimm die andere seite ich hab ihn entdeckt oh ja oh ja gib mir den gib mir den komm her hier komm boy okay jetzt habe ich euch bei den eiern hier ich gehe in deckung schwanzlutscher das ist deine eigene schuld mann mach ihn doch platt hey das gibt's doch nicht oh das hat doch ich hab grad gedacht ja nein 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 was machst du denn runter 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 oh wo kommen die noch einmal alle her verdammte axt zünd ihn mit einem ollie an jetzt brennt es richtig wo ist die ratte da ist er okay ich mach ihn alle geh in deckung fertig der ist tot komm 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 das wollte ich doch sagen haben wir noch mehr hier da oben ist noch einer okay den kriegen wir auch noch jetzt will ich mich erstmal ausrüsten schnell so da sind noch mehr ja komm her komm zu papa wer mein killer unter uns dann schau ich halt woanders nach komm her hier sauber einer ist nach oben das ist wahrscheinlich der wichtige den ich kriegen muss das heißt ich muss irgendwie noch nach oben da ist noch coole da ist auch noch jede menge geld da ist auch noch jede menge geld macht einen beschissenen job und finde ihn hier auch noch geld das hat sich ja mal gelohnt hier da ist das was das hier für eine dreckspistole jetzt bist du was munition wechseln er gehört euch jung von unseren jungs gekillt oh jetzt muss ich aufpassen du wärst besser nicht hergekommen eieieieiei wie viel sind da denn noch okay ich brauche unwirklich Adrenalin wo versteckst du dich wo versteckst du dich ich mache hier drüben weiter zack jetzt haben wir dich bei den eiern gleich komm her komm her oh alter Schwede krasse aktion so gib mir die richtige Wumme hier ja verdammt kommt hierher ich sehe ihn da ist er da ist er muss nachladen halt mir den rücken frei da komm her ich sehe ihn da ist er oh aber das klappt so das kann doch nicht sein meine Zeit entweder ihr tötet mich oder dieser jämmerliche Greco tut es na weil Greco aber nicht hier ist oi 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 wir waren auf videos gefühlt und geht aufs Haus ja video zuweisen läuft hier die dockarbeiter gewerkschaft ist am start lass deine jungs das händeln du hast diese scheiße erledigt gut so Kumpel ich schicke ein paar jungs die Wache halten schnapp dir das lagerhaus und wir haben Greco ist ein Kinderspiel so aber an dieser Stelle meine Lieben machen wir einen kleinen Cut wir schauen nochmal eben ganz kurz in die nächste Szene rein hier jetzt kommen meine Bros und sichern hier die Stelle boah sind das viele das sieht gut aus da können wir hier nochmal eben ja ja meine Lieben damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bis zur nächsten Runde vielen Dank und wenn ihr Bock auf mehr habt dann lasst doch bitte ein Like da haut rein bis zum nächsten Mal und ciao